Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Prog of Inbox. Ich halte 6 Sekunden bis 2 Minuten mein Startrate beträgt. 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Aktuell ist der Markt sehr volatil. Ein paar wichtige News bevorstehen. Britisch Pfund, Australisch Dollar. Sieht gut aus. Hier steig ich ein. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Perfekt Alle 4 Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios